Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Hunting Mythos und wir spielen wieder Castle Clickers, yep, oder Clicker. Wir holen uns erstmal unsere dicke Kohle ab hier, sepp, ab jetzt, ne. Ich hab gestern Abend noch ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar haben wir uns jetzt eine 28er Steinmine geholt, holy moly, ne. Und nochmal eine 27.000er Kohlemine. So, das reicht erstmal für die nächsten paar Tage. Wir haben hier nochmal ein neuer stattgefunden. Und wir hatten zwei Level-Ups im Prinzip. Jetzt ist die Frage, was leveln wir? Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde mir gerne das holen. Und die Typis Level-Up. Ähm. Na, die Schifffahrer. Die Schifffahrer. So, schnellere Schiffe finde ich ganz cool. Gemstones. Ja, nehmen wir Gemstones. Obwohl ich noch nicht weiß, was wir damit sollen so großartig. Aber wir nehmen sie mal erstmal. Nein, danke. So. Sehr gut. Das heißt, wir können... ...das Ding nochmal losschicken hier. Ist ja hier unser schnelles Schiff jetzt, ne. Stunde 50. Äh. Jetzt muss man mal ganz kurz erstmal alles durchgehen hier. Du. Ich überlege, ob wir was verschiffen sollen. Weil wir haben jetzt so viel Zeug, was wir eigentlich verkloppen können. Ich frage jetzt bloß, wie viel haben wir von allem? Wir haben 3000 Lamba. Machen wir mal hier. Bums. Los jetzt. Steht noch ein Typ damit zu. Halbe Stunde. Okay. Bauen wir irgendwas, haben wir irgendwas. Das ist erstmal die Frage, was haben wir, was brauchen wir. Also, wir haben kein Holz mehr. Das heißt, wir schicken mal eben zum Holzhackigen. So. Der hackt jetzt ein bisschen für uns. Äh. Stoffe haben wir. Wir haben alles Mögliche haben wir. Wir haben alles Mögliche. So. Jetzt sieht's ja aus mit den Steinen. Zwei mal Kohleminen. Zwei fette Steinminen. Drei fette Steinminen haben wir. Äh. Hammermäßig, oder? Wir haben 1000 Steine. Das heißt, wir können damit nicht viel anfangen. Ähm. Ich würde gerne Kohle haben, wo ich keine mehr. Die habe ich irgendwie verbraucht. Scheinbar über Nacht. Äh. Ich hätte gerne noch so ein Teil. Noch ein teures. Da brauchen wir 5000, 6000 Steinen für. Hier eben drauf schicken. Steinmine. Hier drauf schicken. Theoretisch kann ich auch ein paar mehr machen. Wir haben erstmal ein bisschen Kohle. So ist das nicht. Machen wir so. 13 Minuten, dann ist die Steinmine abgebaut. Dann haben wir aber auch das, was benötigt erstmal. So. In Ordnung. Also wir brauchen massenhaft Wolle dafür, ne? Habe ich gesagt. Wir haben 41.000 Wolle. Also das ist nicht das Problem, denke ich. Können wir hier wieder einen Ansätzen da drauf. Während das Advanced in gebaut wird. Äh. Holz stapelt sich hoch. Da müssen wir bald mal ein neues Holzlager bauen. So ein bisschen mehr haben können. So. Wir haben noch ein Schiff. Steine. Äh. Steinmine. Äh. Nein, 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 nein. Da muss ich wieder so gucken, nehme ich mal an. Wir haben noch einen von den Teilen hier. Das müssen wir mal wegschicken. Können wir irgendwelche Goods verschicken. Goods. Was haben wir denn an Goods, die wir verschicken können? Was wäre denn Good zu verschicken? Wir haben, äh, Stoffbahnen. Aber Stoffbahnen. Machen wir nicht so viel. Wir haben noch kein Lamba. Da müsste ich jetzt warten, bis das alles fertig ist. Oder ich muss das herstellen schnell. Das ist ja blöde. Das ist ja jetzt blöde. So, was holen wir uns denn? Da können wir eine kostenlose Steinmine kriegen. Bautypen-Level ab. Mining-Typen-Level ab. Wäre mal ganz cool. Äh. Eine Steinmine. 300 Schaf. Schaf haben wir eigentlich mehr als genug Zeugs. Hier, wir haben uns noch eine Steinmine. Ja. Wobei, wenn ich jetzt die alle lasse, habe ich sechs Minuten und dann ist es fertig. Sehr schön. So, wir können ja mal hier gucken, in einer der Großen. Ich glaube, in einer so eine ganz Große. Wir probieren jetzt hier mal was aus. Und zwar möchte ich mal gucken, was wir hier rauskriegen. Eine Kohle-Minim. Na, das war nicht so cool. Aber ja. Kohle können wir auch irgendwie hier brauchen. Zur Not verscherbeln wir die ganze Kohle. So, Lumberyard. Keep. Lumberyard. Was kostet uns denn das Ding? Kostet uns denn Level 2? Wir haben hier nicht mal Level 1 fertig, Mann. Wir machen mal Level 1 fertig. Ähm. Was ist hier los? Wir kriegen nicht hier noch Holz. Du hast eh noch Holz angesetzt. Ja, kein. In meiner wurde removed von irgendwas. Nicht aufgepasst von was. Vom Schaf, würde ich fast behaupten, ne? Wir haben wahrscheinlich einfach viel zu viel. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Jut. Lumber, 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 Lumber. Oh, terreut Merkant. So, dann warten wir jetzt auch kurz. Jetzt geht große Warte los. Nein, Mann. Oder gehen selber ein bisschen Holz hacken. Das geht natürlich auch. Na ja, das geht. Wir machen jetzt mal ein bisschen was voll. Wir machen von dem Lambert Dinger ein paar voll. Dann haut's schon hin. dann brauche ich sobald ich die steine habe nämlich den weitere große in weitere große ins und dann dann geht das schon apropos wie weit seiten hier schon das würde mir schon knapp die hälfte bei dem anderen nicht so das neue bandycam sieht komisch aus als ich sieht es cool aus aber irgendwie was fehlt mir da ich weiß auch nicht so ich habe zumindest hier noch um dinge sie zu bauen die letzten den number dinger denke ich mal und der rest wird dann jetzt automatisch gemacht lambayard sehr schnell die bauerte teil mit 20 bauen kann das ist super schnell erledigt sie so damit haben wir jetzt sieben und das bauen wir noch ein achtet man kann ja das achte von dem haben von dem klänen das werden wir gleich sehen ich möchte meinen ja ne möchte ich meinen nicht ok dann ist die die menge die wir jetzt haben können erhöht wurden tatsächlich das heißt denn über nacht sollte ich definitiv ein bisschen holz sammeln damit die fertig werden damit also damit ich das voll habe wenn ich wieder online komme dann muss ich natürlich richtig viel feuer sammeln ja ne population steinmine kann ich jetzt ein paar abziehen und kann eigentlich mal hier ihn draufsetzen damit die mal fertig werden langsam denn hier heißt es wieder wir kriegen geld mehr mehr geld viel viel mehr geld langweil langweil die massen an leute nicht erhöhen ist das ja nicht so schlimm ihn werde ich noch machen damit wir bei 24 sind oder ich hole das über ein level ab das müssen wir dann gucken aber ja so dann nehmen wir nochmal selbst hacken sonst kommen wir hier nicht voran aber dass ich so viel wolle habe holly molly na geht ab auch mal kurz ein taschentuch im moment ich muss mir mal hier die nase tupfen weil irgendwie ja weiß ich auch nicht ist das da gerade so nötig so das reicht erst mal wenn man am bachen noch ein bisschen weil ich nehme mal an dass wir da noch mehr machen können von den kleinen teilen kopf wackel kopf wackel zur musik kopf wackel wopfkackel dann machen wir mal auf 2000 dann bauen wir das fertig bauen noch eins wahrscheinlich so sagen wir mal das sind 2000 dann machen wir das jetzt zu ende schön brav zu ende machen jup bauen wir noch eins 1400 oh man reicht gerade so was wir haben dann haben wir 12 davon dann haben wir 12 davon ist also okay so aber er kann jetzt nicht 16 davon haben oder ich meine ich meine so das innen ist fast fertig ein kleines will ich ohne bauen brauchen wir bloß holz für und andere ding ins zeugs da wolle wolle haben wir ja haben wir sagen wir mal so wir haben wolle andererseits sind die tierbauer sind rentabler ja nicht erstmal fertig machen alle ein stück weit so lange wie wir das noch bauen können das ist natürlich die frage 39.000 wolle krass wirklich 6.000 steine damit kriegen wir nochmal ins zusammen ne in große erwarte ich bis wir nochmal ein große bauen können das ist jetzt bloß was am holz hat ein bisschen hapert hier aber das ist okay das können wir jetzt auch mit bis fast 6000 stapeln dann könnte ich jetzt eigentlich nochmal ein boot losschicken zu einer anderen stadt vielleicht und nochmal holz verjacken gehen da nochmal ein bisschen kohle raus ziehen aus dem ganzen weil holz das kriegen wir in massen das ist kein problem das stellt kein problem da so advanced in nochmal 10.000 maximum dazu läuft also so das heißt wir haben jetzt immer 2 die sekunde ne in etwa 2,1 gold die sekunde ist ja schon mal gar nicht so gut ne ne ist alles in ordnung ist alles gut das heißt wir machen jetzt hier nochmal ein lambayard wollen wir nicht wir wollen ein weiteres in ein großes in bam zwei typisch drauf dauert sieben minuten alles klar haben wir bis dahin haben wir auch äh wir haben alles da alles klar alles da alles klar sieben minuten schaffen wir es ja noch in dieser folge ich glaub's ja nicht so unsere schiffe sind wie lang unterwegs noch 16 minuten angeblich das ist noch gar nicht äh benutzt genau ich wollte weiter holz hacken um holz zu verschiffen ist ja klar umso größere schiffe du hast umso mehr kannst du verschiffen ne umso mehr kriegst du halt raus ich werde dann jetzt demnächst mal anfangen nochmal ein anderes schiff zu bauen wird viel lagern kann dann haben wir da mal eine ganze menge raus so die stellen bin jetzt abgeerntet ja 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 ist dann das schöne wenn der dann auf k ist sozusagen kannst du einfach alles einstellen überall in den ruf wenn der so eine kohle aus wiki habe dann geht das schon naja das geht schon so 3000 3000 3000 letztes schiffchen so wir wollen sachen verschärbeln gucken was können wir denn hier noch machen 1 zu 3 2 zu 3 1 zu 3 wird das hier dann nur noch sein das heißt wir kriegen nur noch 9000 raus ha kann kohle zu stein wechseln hm 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 das gefällt mir alles nicht so aber wir machen das mal wir nehmen einfach mal ein bisschen wood wood okidoki zack ein arbeiter dazu halbe stunde gut ich kann jetzt hier ist der city so weit kann ich hier trade gem map kann ich hier machen ich habe eine secret map gekriegt aber die würde ich jetzt schon ja nur noch machen aber jetzt werden natürlich alle boote losgeschickt ne oh ärgerlich na mensch kann ich ja schnell ein boot bauen in der zeit ne kann ich nicht das ist ja jetzt doof gelaufen kann ich dann ehens was hier was schnell geht aber das braucht so viel material boah ich kann doch bloß ehens haben oh mann die gibt's doch nicht ich kann eine menge arbeiter halten 16.000 holz 5.000 äh stoffbahnen hätte ich fast gesagt ne menge ressourcen wollten wir ja sowieso bauen hier bauen im augenblick machen sie holz ähm plus würde ich sagen wie sieht's jetzt aus irrt noch alles klar dann kann ich ähm in der dicken kohle mine hier oben ihn ansetzen ich hab nicht genug Leute jetzt sieht der Ärger los wo kann ich welche abziehen am advanced in kann ich welche abziehen die kann ich hier ruf packen so dann kann ich auf die Fabrizierung wo ist das an die closeddings noch 2 ruf setzen und dann habe ich da erstmal naja ist nicht sicher doch ist sicher haut hin naja fast also das ist das wird schon irgendwie gehen das heißt wir kriegen das hier nicht mehr fertig das advanced in kann ich sonst irgendwas abziehen die brauche ich den brauche ich da sind welche drauf die brauche ich ne das wird diese Folge nix mehr das ist schade wirklich schade aber naja kann ich nichts machen was ich deck machen kann ist naja ich kann ähm die hier abziehen warte jetzt sowieso ein stück schneller diesen machen und kann stattdessen haut nicht mehr hin jetzt ist natürlich blöd jetzt ja kann jetzt halt wirklich diesen hier machen halt oh man und kann dann rüber wechseln hier hin zur äh Klamottengeschichte aber da werde ich auch nicht mehr fertig kriegen das Boot bis dahin bei refining habe ich noch keine hohen Werte äh gelastet wie vorher war mit der Population das ist ja jetzt hier nicht mehr möglich alles dementsprechend äh ist das auch hinfällig so aber schnell die Kohle alles meine Güte aber schön dass wir gerne mal irgendwie 20.000 kriegen aber das dauert alles nach seiner Zeit und günstigerweise das ist alles nicht mehr drin in dieser Folge das ist doch doof das ist doch doof das ist alles nicht mehr in der Folge drin das gibt es doch nicht naja ist halt leider so ne da kann ich eigentlich auch direkt hier beenden würde ich fast sagen weil viel ist hier nicht mehr und wenn die Boote zurückkommen nehme ich nochmal ein Stück auf denke ich mal und mache das nochmal fertig dann gut dann hoffe ich das hat euch gefallen wenn ja lasst doch ein Like da ihr könnt mich auch gerne abonnieren wenn ihr neu seid und auch nicht verpassen wollt und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben wie ihr das Spiel findet und wie ihr das ganze so findet wie ich das so mache und so ja dann nix sagen das war ich für diese Folge bis zur nächsten auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal